Heute ist der 11 Juli 2016. Da ich zur Zeit mal wieder nicht ins Internet komme, mache ich dieses Video hier. Und zwar das Internet hier im Prepaid-Bereich, was ich habe, was ich über mein Handy beziehe. Das liegt halt an diesem Anbieter. Dafür kann ich erstmal nichts. Und aufgrund meines kranken asozialen Vermieters, wie ich mich ja da ausreichend ausgelassen habe, komme ich ja nicht in mein BLAN-Internet rein. Und ja, das nehme ich halt zum Anlass, jetzt mal meinen Internetanbieter in Form einer Prepaid-Karte mit zum Beispiel Vodafone zu vergleichen. Mein Internetanbieter ist Ortel Mobile. Ich nenne die einfach mal Ortel. Da habe ich halt eine Prepaid-Karte, die habe ich mal kostenlos bestellt im Internet und kam ein paar Tage später per Post an. Die bieten viele Tarife mit Telefonier-Optionen und mit Internet. Und halt dann separat einfach so nur Internet-Optionen. Und meiner Meinung nach ist dieses Ortel Mobile das Unternehmen mit den besten Internet-Optionen, was es zurzeit gibt. Weil die bieten als Internet-Optionen an 1 Gigabyte, 3 Gigabyte, 5 Gigabyte und sogar 10 Gigabyte pro Monat an Datenvolumen. Das ist ganz schön krass. Weil nennt mir irgendein Handy-Anbieter in Deutschland, der mehr als 5 Gigabyte anbietet. Meiner Meinung nach gibt es das nicht. Wobei 10 Gigabyte ist für mich eigentlich auch das Mindeste, weil es ist einfach so, wenn man die ganze Zeit vielleicht draußen ist mit dem Fahrrad, so wie ich das halt öfters mache im Sommer und dabei die ganze Zeit Musik hört über YouTube, zum Beispiel seine Favoriten. Und man ist vielleicht 4 bis 8 Stunden am Tag draußen und vielleicht 3-4 Tage in der Woche. Da verbraucht man pro Tag ca. 1 Gigabyte. Ich weiß das aus Erfahrung aus dem Sommer 2015. Im Sommer 2012 oder 2013, da war das noch ganz anders. Ich weiß auch, woran das liegt. Die Kameras der YouTuber, die werden immer hochwertiger. Dementsprechend werden die Videos natürlich hochwertiger mit mehr Auflösung. Und dementsprechend verbraucht man mehr Datenvolumen, wenn man diese hochwertigen Videos anklickt und anschaut. Ja, das haben wir bisher die meisten Handy-Anbieter, wahrscheinlich alle. Außer eben Orte noch nicht so mitbekommen. Ja, und haben dementsprechend nicht nachgezogen, weil mit 5 Gigabyte kommt man nicht weit. Wenn man die ganze Zeit nur irgendwie so normale Seiten besucht, wie Facebook, Google und sonst was, ist das null Problem. Da kommt man auch mit 1 Gigabyte in der Regel hin pro Monat. Aber wenn man halt Videos oft schaut auf YouTube und was weiß ich, oder auch oft was runterlädt, oder irgendwelche Downloads macht, dann braucht man auf jeden Fall ein bisschen mehr. Jedenfalls ist das so, 1 Gigabyte kostet zum Beispiel 9,99 Euro pro Monat. 3 kosten 14,99 Euro pro Monat. 5 Gigabyte, 5 Gigabyte, 19,99 Euro. Und diese 10 Gigabyte, die kosten 34,90 Euro oder 99 Euro. Ich weiß jetzt nicht immer, ob es 90 Cent sind, 95 oder 99 Euro. Seht mir das nach. Aber von der Euro-Summe her stimmt es. Also 10 Gigabyte kosten 34,90 Euro. Das ist ziemlich ordentlich, weil man spart ja dann 5 Euro gegenüber 5 Gigabyte und allgemein ist das ein guter Preis. Ja, wie gesagt, das ganz große Positive ist überhaupt, dass diese 10 Gigabyte angeboten werden. Weil damit kommt selbst ein MyGold doch schon ein bisschen hin. Und vor allen Dingen, jetzt kommt das Positive, wenn diese 10 Gigabyte alle sind, genau wie diese 5, 3 oder 1 Gigabyte, dann kann man das Gottverdammt bei Ortel nachbuchen. Das gibt es nicht bei jedem Anbieter. Klar, das gibt es gerade so bei E-Plus. Ortel ist nämlich in der E-Plus-Gruppe. Da gibt es das ein bisschen häufiger. Bei Blau.de, glaube ich, und Simio. Weil Simio extrem unseriös ist, meidet das. Und Blau.de ist genauso scheiße. Ortel-Kundenservice kenne ich noch nicht. Bin ich jetzt auch nicht scharf drauf, den kennenzulernen. Es ist so, wenn man zum Beispiel, wenn diese 10 Gigabyte jetzt verbraucht sind, die gelten ja grundsätzlich so für 30 Tage. Wenn die verbraucht sind, ob nach einem Tag, nach einer Woche, nach 10 Tagen oder nach drei Wochen, ist egal, dann kann man die nachbuchen. Dann kriegt man eine SMS. Gleich der Möglichkeit, das kostenfrei nachzubuchen. Grundsätzlich kann man das per SMS nachbuchen lassen, per App, also es gibt diese Ortel-App, die kann man sich runterladen. Oder auch über meinortel.de auf der Webseite, da muss man sich registrieren. Sicherlich geht das alles auch über die Kundenhotline. Die ist in der Regel, glaube ich, von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Auch am Wochenende bis 18 Uhr, aber da, glaube ich, erst ab um 9 Uhr. Die Nachbuchung ist immer günstiger als die Hauptbuchung. Bedeutet, 3 Gigabyte kosten hier zum Beispiel 14,99 Euro monatlich bei Ortel. Die Nachbuchung kostet nur 9 Euro. Das spart man also quasi 6 Euro. Die Qualität ist aber die gleiche. Was jetzt zum Beispiel die Nachbuchung bei den 5 Gigabyte, die normalen 19,99 Euro kostet, weiß ich nicht. Vermute mal 14 Euro. Und ich weiß auch nicht, was die Nachbuchung... Ich weiß zum Beispiel, dass die Nachbuchung bei den 1 Gigabyte, die 9,99 Euro kosten, dass die 3 Euro gerade mal kostet. Ich vermute also, dass die Nachbuchung bei den 10 Gigabyte, die ja normal 34,90 Euro kosten, vermute ich also mal, dass die gerade mal 25 Euro kosten. Nachbuchung. Nochmal, bei der Nachbuchung ist die Qualität genau gleich wie bei der Hauptbuchung, also die Internetqualität. Sollte ja auch so sein. Das Krasse ist, man kann auch mehrmals nachbuchen, beziehungsweise unbegrenzt oft nachbuchen, bis halt diese 30 Tage erreicht sind. Dann werden ja wieder standardmäßig, vorausgesetzt man hat genug Guthaben auf der Kotte, standardmäßig wieder das entsprechende Datenvolumen wieder zur Verfügung gestellt. Ja, das was man halt ursprünglich gebucht hat. Aber ich habe jetzt 10 Gigabyte, die sind ja zwei Tage alle. Buch da wieder 10 Gigabyte als Nachbuchung, was günstiger ist. Dann sind die nach 3, 4 Tagen alle. Dann kann ich das wieder buchen. Also ich kann das unbegrenzt oft buchen. Das ist das Gute. Bei Vodafone ist es so, die bieten, zumindest ist der Stand jetzt so ungefähr September, Oktober 2015, da hatte ich zuletzt Vodafone, auch mit der App, mein Collier App. Die boten dann maximal 4 Gigabyte an, was an sich schon mal ziemlich wenig ist. Und vor allen Dingen war das alles gestaffelt auf mehrere Bausteine. Das heißt, die boten einmal 2 Gigabyte an, einmal 1 Gigabyte, einmal 750 MB und einmal 250 MB. Ist egal, was man davon hatte, man konnte jeweils den anderen Baustein dazu buchen. Aber wenn man diese Steine dazu bucht, sage ich jetzt mal, ist das ja teurer, als wenn man zum Beispiel 4 oder 5 Gigabyte einzeln buchen würde. Das Gute bei Vodafone war, das stand sofort zur Verfügung, wenn man das gebucht hat. Sofort. Also wenn ich jetzt 2 Gigabyte hatte und ich habe halt 1 Gigabyte dazu gebucht, egal wie viel ich noch von den 2 Gigabyte übrig hatte, wurde das sofort gut gebucht. Das Schlechte ist, bei Vodafone gab es keine Nachbuchungsmöglichkeit. Wie gesagt, das ist der Stand ungefähr Oktober 2015. Da gab es null Nachbuchungsmöglichkeiten. Die gab es einfach nicht. Waren die 4 Gigabyte rum, hatte man zumindest mit dieser Vodafone-Kotte Pech gehabt. Bei der Vodafone-App, da war es so, da konnte man ja sehen, wie viel Datenvolumen man noch hatte und wie viel verbraucht wurde. Das ist ja super erstmal. Sollte aber auch so sein. Weil wir leben ja im modernen Zeitalter. Und das Ding ist aber, dieser Verbrauch von den Datenvolumen oder diese App allgemein, die hat sich nur alle halbe bis dreiviertel Stunde aktualisiert. Zwar unabhängig von der Tageszeit, völlig unabhängig davon, aber eben trotzdem immer nur alle halbe bis dreiviertel Stunde. Bei der Ortel-App, da ist es so, ebenfalls völlig unabhängig von der Tageszeit, egal ob 0 Uhr, 3 Uhr, 15 Uhr, 7 Uhr, 21 Uhr. Aber diese Ortel-App tut sich zwecks des Datenverbrauchs, Datenvolumens rund um die Uhr und zwar sekundengenau aktualisieren. Das bedeutet, ich habe 2 GB Datenvolumen, gehe auf YouTube, schaue ein relativ langes, schaue halt irgendein Video an, sagen wir mal ein längeres, hochwertiges. Klick das Video weg, gehe sofort danach auf die Ortel-App, da steht dann halt statt 2 GB steht halt 1,950 GB, sodass quasi 50 MB verbraucht worden sind. So aktuell ist diese App. Das ist krass, also die ist wirklich übelstgenau, die ist sekundengenau, die zeigt sofort an, was du verbraucht hast. Sobald du ein YouTube-Video angeklickt hast, von YouTube weggehst, auf die Ortel-App gehst. Zeigt es das an. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Abstriche gibt es eventuell, wegen dem E-Plus-Netz, das kommt halt darauf an. Weil Vodafone und Telekom-Netz kommt natürlich das E-Plus-Netz nicht ran, überhaupt das E-Netz. Aber es ist halt auch durchaus so, im Gegensatz zu vor einigen Jahren, wo du das E-Plus-Netz generell eine Tonne drehen konntest, es ist so, dass es mittlerweile sehr gut ist. Und es auch in zum Beispiel Gebieten wie Schneeberg, was ja eigentlich für Großstädter eher ein Dorf ist, 15.000 Einwohner, das ist also eine Kleinstadt, wenn man es jetzt genau nimmt, dass man hier durchaus und in vielen Bereichen HSPA hat. Also sehr gut, weil LTE braucht man nicht. Also braucht man wirklich nicht. LTE ist natürlich ein Top-Netz, aber es ist nicht notwendig, weil wenn ein gutes HSPA-Netz zur Verfügung steht, dann reicht das vollkommen aus. Nur wenn man jetzt ständig Edge hat, dann ist das natürlich ein bisschen nervig, weil dann kann man eventuell nicht so gut Videos anschauen. Also das klappt bei der E-Plus mittlerweile auch in der Regel, dass man halt ein gutes Netz hat. Das habe ich hier auch überwiegend. Sowohl draußen als auch in der Wohnung. Positiv, wie gesagt, bei Vodafone war, dass das sofort zur Verfügung stand, wobei es da nicht um nachgebuchtes Volumen ging, sondern einfach nur um normale gebuchte Optionen. Hier ist es so, bei Ortil, wenn man da was nachbucht, das dauert, also ich habe es jetzt erst mal nur einmal nachgebucht, also zweimal nachgebucht. Bei der ersten Nachbuchung, aber da gab es generell technische Schwierigkeiten, da hat es, glaube ich, da hat es ungefähr acht Stunden gedauert. Ich habe das 22.39 Uhr gebucht und erst zwischen 6 und 7 Uhr stand das zur Verfügung. Man kriegt zwar eine SMS, für sie steht ab sofort folgendes zur Verfügung. Heißt wie Datenvolumen, steht dann da weiter. In der App selber steht aber, für sie steht in Kürze das Datenvolumen bereit. In der SMS steht, man hat es sofort zur Verfügung und in der App steht, es steht in Kürze oder es steht bald bereit. Was soll der Scheiß, denn wenn in der SMS drinsteht, es steht sofort zur Verfügung, dann muss es auch sofort zur Verfügung stehen. Ja, und jetzt ist es schon wieder anderthalb Stunden her, wo ich das nachgebucht habe. Das steht immer noch nicht zur Verfügung, obwohl ich dann jeweils beim letzten Mal und auch jetzt dann immer das Handy ausgeschalten habe, für ein paar Minuten, aber ich glaube, das hat auch damit nichts zu tun. Das ist ganz, ganz schlecht. Also, wenn ich hier vielleicht jedes Mal drei bis sechs Stunden oder sogar acht Stunden warten muss, ehe das nachgebuchte Datenvolumen tatsächlich zur Verfügung steht, das ist ganz, 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 ganz schlecht. Das ist wirklich schlecht. Also, das ist ein ganz negativer Kritikpunkt an den eigentlich sehr guten Ortel. Und was auch, ich muss jetzt langsam Schluss machen, aus dem ich denke, es reicht noch, was auch negativ ist, weil bei Vodafone war es so, als Positives, hatte ich zwei Gigabyte drauf und wollte 250 MB dazu buchen, dann hatte ich halt 2,25 0 Gigabyte zur Verfügung. Hier ist es so, bei Ortel ist es so, was weiß ich, wenn ich noch 500 MB zur Verfügung habe und neues High-Speed-Volumen von 3 Gigabyte dazu buche, dann ist es so, wenn das gebucht wird, dieses neue Datenvolumen, dann werden diese 500 MB auf 0 gesetzt und die 3 Gigabyte kommen dann halt auch, kommen dann neu dazu. Aber halt nicht dazu im Sinne von Plus, sondern das alte Datenvolumen wird dann zurückgesetzt, wenn ich das neue Datenvolumen bestelle, und das neue kommt dann einfach so dazu. Also gerechter wäre es halt, wenn das neu gebuchte Datenvolumen zu dem alten hinzukommt, wenn man das einfach addiert. Aber da ich das von Anfang an wusste, habe ich nie Minus gemacht. Ich hatte beim letzten Mal noch 24 MB übrig, dann habe ich es gebucht, jetzt habe ich noch, was ich, 50 MB übrig. Und jetzt ist das Video rum. Also Urtel Mobile ist schon ein ziemlich guter Handy-Anbieter, muss man sagen. Und jetzt ist das Video rum. Vielen Dank.